So... Och endlich, eh, warte das ist die falsche Map Warum bin ich so scheiß schnell What the fuck?! Warte, ich bin wirklich etwa... Szenig! Oh lol I'm zenig so leute wir sind in garrys mod und spielen eine scary map und nervt mich ich weiß nicht was ich machen soll also ich kann es nicht aufheben scheiße ist so scheiße gruselig hier ich brauche das hier wo sind die zeige hin ich glaube ich muss hier hin wo ja kuris was kuriosity kiss ok ich glaube ich muss hier rein oh scheiße verpissen hä oh oh nein ich wehe raus gerade rette mich ja ich bin hier weil halloween und ich hier der ding ist der schreck hoch ich hab hier ein bisschen was in brand gesteckt ähm schau mal ha da frägt grad jemand äh ok wo oh alter ok wo alter oh 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 ich hab mich jetzt voll erschrocken oh boah alter ok äh wir machen mal nochmal Türen auf äh auf c oder nein ich vergesse wie man die Hörn aufmacht äh scheiß mir gleich voll in die Hosen auch nehmen wir hier die AK so oh scheiße verpissen they are always watching www.seало.türen Ryan ILBUN Ich werde das nicht öffnen, oder? Äh, okay. Ähm, ich werde das nicht öffnen, oder? They want me dead. Äh, hier wurde... Hä? Wo sind die Köpfe? Wo sind die Überkörper? Nicht da. Okay. Ähm, so. Gehen wir eben hier hin. Die Map ist wirklich gruselig. Ähm, ich glaube das ist ein Wolterstuhl, oder? So. Ja. Verpissen. Verpissen. Turn around. Now. Waiter can be deadly. Okay, ich glaube ich soll mich hier umdrehen. Äh, okay. The water can be deadly. Ach so, Wasser, okay. Oh. Hier vielleicht doch lieber weggehen sollen, aber nein, nein! Verpissen, nein! Seger kein Wasser! Scheiße! Äh, ja. Nehmen wir hier die. Piu! Die Lacki... Die Lacki... Die Lacki vor nicht. Oder etwa noch? Die Lacki vor auch nicht! Soll ich zu aufheben, oder? Ne, soll ich nicht. Okay, äh... Das machen wir mal lieber zu. Äh... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, now you see watsi- Was? Watsi? Now, you see watsi. die haben mich beobachtet das kann ich machen steht da potato war die nächste ok dann der da der optibilder der wird auch noch sterben der nächste auf meiner liste ja mehr ist glaube ich nicht mehr also verpiss ich mich mal oder so ich glaube wir müssen dahin der end dann sehen wir uns beim nächsten video schau malin kartosh kass